Guck mal, ich erkläre euch gerne nochmal auf schnelle Welle, warum ich bei Snapchat aktuell so aktiv bin. Der erste Grund ist natürlich ganz offensichtlich, man kann mit Snapchat-Stories Geld verdienen. Wer von euch in meiner Position würde die Thematik außen vor lassen und sich sagen, probiere ich mal nicht aus? So, nur mal, würde jeder von euch probieren. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, und das ist wirklich auch ein Grund, der zweite Grund, Snapchat macht mir echt Spaß. Ich sage, Snapchat ist Cash, also Butter bei den Fischen. Snapchat ist Cash. Ich sage euch, wann mir Snapchat Spaß gemacht hat, das war so 2015. Da hatte ich wirklich Spaß an Snapchat. Jetzt ist es Cash. Cash, Cash, Cash. Ich würde mir gerne wissen... Instagram ist mittlerweile so, Instagram wird, also ich als Instagram-Nutzer, also als Creator, werde dafür nicht belohnt, wenn ich den ganzen Tag 50 Storys mache von meinem Leben. Bei Oma, mit Kylo, Essen. Das wird nicht mehr belohnt bei Insta. Und mit belohnen meine ich nicht, dass du damit Geld verdienst, weil bei Instagram hast du mit Storys noch nie Geld verdient. Naja, doch, belohnt wirst du am Ende des... Also, ich will nicht mit dem Widersprechen so. Keine Ahnung. Oder jeder hat seine Meinung dazu. Jeder hat einen anderen Blinkwinkel darauf. Aber auf Snapchat wirst du für deine Aktivität belohnt und die Belohnung spiegelt sich in Geld wider. Wisst ihr, was ich meine? Sonst wärst du ja nicht aktiv auf dieser Plattform, weil was bringt es dir am Ende des Tages? Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ja nicht mal was Verwerfliches, so, finde ich. Du wirst durch deine Aktivität, durch dein Content auf Snapchat belohnt und diese Belohnung spiegelt sich in Geld wider. Also, ist ja komplett valid. Valid, baby. Der Algorithmus bei Instagram ist mittlerweile TikTok-Algorithmus. Die Leute haben keinen Bock mehr, sich 15-Sekunden-Stories anzugucken. Die Leute gucken nicht mehr, wenn du eine Minute auf Instagram erzählst, wie dein Tag war. Die schalten nach 5 Sekunden ab. Und das merkt der Algorithmus bei Instagram in deinen Storys und rankt deine Storys schlechter ein und du wirst weniger vorgeschlagen. Guck mal, ich erkläre euch gerne nochmal auf schnelle Welle, warum. Also, ich sage euch offen und ehrlich, sehr einfach, sehr direkt und auf sehr, sehr, sehr korrekter Basis. Ich bin auf Snapchat sehr aktiv, weil du einfach für deine Aktivität belohnt wirst und diese Belohnung spiegelt sich in Geld wider. Was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Ich verschicke da extrem viele Gurkenbilder von mir, deswegen feiere ich das. Oder ich benutze den Hundefilter von 2015 nochmal in 2024. Nein, Bruder. Jungs, folgt mir auf fucking Snapchat. Folgt mir auf Snap.